1. April 1933 1. April 1933. Mit dem sogenannten Judenboykott leitet das Dritte Reich die Entrechtung der jüdischen Bevölkerung in Deutschland ein. Geschäfte, Kanzleien und Arztpraxen waren im Terror der SA ausgesetzt, die vor Zerstörung und Mord nicht zurückschreckte. Die Bevölkerung sah dem Boykott tatenlos zu, beteiligte sich sogar vereinzelt an den Übergriffen. Der 1. April 1933 war der erste Schritt zur Ausschaltung der Juden in Deutschland. Mittels der Nürnberger Rassegesetze wurde die Verfolgung legalisiert und der Grundstein für die Deportation in die Vernichtungslage gelegt.